Ein glamouröser Lebensstil, noble Autos und all die Attribute der Dolce Vita sind eng mit Hollywood verbunden. Aber egal wie luxuriös dieser Star-Lebensstil klingen mag, es gibt immer die Kehrseite der Medaille. Die Geheimnisse, die die Filmindustrie verbirgt, können manchmal blutig sein. Aber ich kann für Sie die dunkelsten Seiten des Showbusiness aufdecken. Film ab! Tom Cruise hat ein Ass im Ärmel, ähm, nicht gerade im Ärmel, das ihm hilft, all diese atemberaubenden Stunts ohne die Notwendigkeit eines Stunt-Doubles zu meistern. Es stellt sich heraus, dass es alles dank seines vertrauenswürdigen G-String-Tangas ist. Tom Cruise rockt einen frechen Tanga, um flexibel und uneingeschränkt zu bleiben, während er Bösewichte bekämpft, aus Flugzeugen springt und all diese verrückten Action-Sequenzen macht. Hey, wenn es für ihn funktioniert, mehr Macht für ihn! Gegen Ende seiner Karriere ging Marlon Brando definitiv einen entspannten Weg, um sich seine Texte zu merken. Er war dafür bekannt, einen Blick auf versteckte Stichkarten auf dem Set zu werfen, wie beispielsweise, als er seine Texte auf die Rückseite von Baby Supermans Windel geschrieben hat. Und in Der Patte befestigte er seine Texte an der Brust anderer Schauspieler und könnte sogar eine heimtückische Katze benutzt haben, um in einer denkwürdigen Szene eine Stichkarte zu verstecken. Dringende Toilettengänge können die Pläne jedes Einzelnen ernsthaft durcheinander bringen. Sie können besonders unangenehm sein, wenn man ein Schauspieler ist, der Stunts ausführen muss. Fragen Sie Harrison Ford danach. Er hatte während den Dreharbeiten zu Jäger des verlorenen Schatzes gesundheitliche Probleme. Aufgrund von ständigen Toilettengängen war es ihm nicht möglich, eine große Schwertkampfszene zu drehen. Es würde viel zu viel Zeit ohne Pausen in Anspruch nehmen. Stattdessen bekamen wir diesen großartigen Moment, in dem Indy einfach den Schwertkämpfer erschießt. Der feige Löwe in Der Zauberer von Oz trug tatsächlich ein echtes Löwenfell. Dieses Kostüm war kein Scherz. Es war so schwer und unbequem, armer Kerl. Und die böse Hexe des Westens trug nicht einfach irgendein Make-up. Sie schmierte sich ein grünes, kupferbasiertes Make-up auf, das ernsthaft giftig war. Sobald ihr Make-up aufgetragen war, konnte Margaret Hamilton nicht einmal essen. Und alles, was sie tun konnte, war etwas mit einem Strohhalm zu trinken. Der Regisseur von Der Exorzist, William Friedkin, war darauf aus, echte Reaktionen von seiner Besetzung zu bekommen. Er zog eine Schrotflinte heraus und feuerte aus dem Nichts Platzpatronen ab, was seinen Schauspielern einen gehörigen Schrecken einjagte. Er wollte einfach nur echte Angst sehen. Das ist Hingabe daran, einen gruseligen Film zu machen, richtig? Die Bienen in Candyman waren echt. Der arme Tony Todd musste mit ihnen umgehen, während sie in Szenen herumsurrten, in denen sie aus seinem Mund strömten. Um diese gruselige Szene zu filmen, wurden 500 Bienen verwendet, um seinen Mund zu füllen. Das waren zwölf Tage alte Bienen, sodass ihre Stacheln nicht so stark waren. Außerdem war Tony mit speziellen Pheromonen bedeckt, sodass die Bienen dachten, er sei ihre Bienenkönigin. Trotz all dieser Schutzmaßnahmen wurde er 23 Mal gestochen. Aber für jeden Stich erhielt er zusätzlich 1000 Dollar. Im Film Casablanca wurde die erzwungene Perspektive für die ikonische Flughafenszene verwendet. Aber es wurde nicht draußen gefilmt, wie es scheinen mag. Es gab keine Möglichkeit, ein echtes Flugzeug in Innenräumen unterzubringen. Daher erstellten sie ein kleines Sperrholzflugzeugmodell und stellten kleine Leute als Statisten ein, um es vollgroß erscheinen zu lassen. Mit Hilfe von Nebel und Weichzeichnung wurde die Illusion vervollständigt. Humphrey Bogart trug deutliche Absätze in seinen Schuhen, um in Casablanca größer als Ingrid Bergmann zu erscheinen. Er war ein wenig unsicher wegen seiner Größe, denn Bergmann war einen Zoll größer als er. Sie denken vielleicht, dass es keine große Sache ist. Aber Bergmann trug im Film Absätze und überragte ihn in einigen Szenen. Deshalb musste Bogart diese massiven Plateauschuhe tragen, um mithalten zu können. Eisler Fischer hatte während der Dreharbeiten zu einem Stunt für Now You See Me eine knappe Angelegenheit. Sie steckte in einem Wassertank fest, war angekettet und wäre fast ertrunken. Es sollte einen Notfallschalter geben, um den Tank zu entleeren, aber sie konnte ihn nicht erreichen, weil sie sich in den Ketten verfangen hatte. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat niemand bemerkt, dass sie in echter Gefahr war, weil man dachte, sie würde nur schauspielern. Glücklicherweise konnte sie sich befreien und schaffte es gerade noch rechtzeitig, den Schalter zu betätigen. Das Marketing-Team von The Blair Witch Project gab wirklich alles, um die Leute glauben zu lassen, dass es sich um eine echte Dokumentation handelte. Found-Footage-Filme sind fiktional, geben aber vor, echte Dokumentationen zu sein, die von den Charakteren selbst gedreht wurden. The Blair Witch Project war einer der ersten seiner Art. Es geht um drei Studenten, die versuchen, eine Dokumentation über eine Hexe in Maryland zu drehen. Die Dinge im Wald werden verrückt und am Ende des Films verschwinden sie und lassen nur ihr Filmmaterial zurück. Die Marketing-Kampagne wurde mit gefälschten Berichten und Plakaten so intensiv, dass einige Leute tatsächlich dachten, die Schauspieler wären wirklich verschwunden. Filmemacher müssen immer kreativ werden, wenn sie Fahrzeuge und Geräte darstellen, die tatsächlich nicht existieren. Nehmen Sie zum Beispiel all die ausgefallenen Requisiten in Star Wars, der Aufstieg, Skywalkers. Ich meine, einige Explosionen im Film sahen genauso aus wie diese alten Echo-Mikrofone, mit denen wir als Kinder gespielt haben. Die Requisiten-Spezialisten haben einfach den oberen Teil des Spielzeugs genommen und ihn angesprüht, um natürliche Ergebnisse zu erzielen. Michael Keatons Batman-Kostüm in Batman Returns hatte wirklich coole Schuhe. Die Stiefel waren tatsächlich modifizierte Nike Jordan 6s, in schwarz bemalt und mit Schienbeinschutz ausgestattet. Und das Beste daran, sie behielten die Originalsohle mit dem Jumpman-Logo bei. Wusstest du, dass Janet Leigh, die Schauspielerin, die Marion Crane in Psycho spielte, so sehr von der Duschszene ihres Charakters verstört war, dass sie duschen um jeden Preis miet? Ja, sie nahm danach nur noch Bäder. Wenn sie wirklich duschen musste, sorgte sie dafür, dass jeder mögliche Ausgang verschlossen war und behielt die ganze Zeit über die Tür im Auge. Kannst du ihr das verübeln? Diese Szene war intensiv. Stell dir das vor. In Titanic hat Jack ordentlich ins Fettnäpfchen getreten und Rose gesagt, sie solle auf dem Bett statt auf dem Sofa chillen, während er sie skizzierte. Tatsächlich hat sich Leonardo DiCaprio versprochen und es einfach dabei belassen. Regisseur James Cameron fand es zum Schreien komisch und ließ es in der endgültigen Fassung. Typisch Leo. Die Dreharbeiten von Henry Cavill für Justice League und Mission Impossible 6 überschnitten sich und Paramount verbot ihm glatt, seinen epischen Schnurrbart zu rasieren. Warner Brothers mussten coole 25 Millionen Dollar hinlegen, um diesen Schnurrbart per CGI aus dem Film zu entfernen. Können Sie sich vorstellen, wie das Spezialeffekt-Team darüber ausflippte? Im Spider-Man-Film von 2002 dauerte es unglaubliche 156 Versuche, um eine scheinbar unschuldige Szene perfekt zu machen. Tobey Maguire's Peter Parker eilt zur Rettung von Mary Jane, nachdem diese in der Schulcafeteria gestolpert ist. Ihr Mittagessen fliegt durch die Luft, aber Spider-Man schwingt sich herein, rettet den Tag und fängt alles auf ihrem Tablett. Und das hier. Es wurde kein CGI verwendet. Es war alles Maguire, der die Magie entstehen ließ. Kirsten Dunst bestätigte, dass es keine Tricks gab, nur Maguires beeindruckende Fähigkeiten und vielleicht ein wenig Hilfe von einem Tablett, das an seiner Hand geklebt war. Als Alan Rickman aus dem Nakatomi Plaza in die Hart fiel, wurde er völlig vom Stunt-Koordinator getäuscht. Stellen Sie sich das vor. Hans fällt von ganz oben aus dem Nakatomi. Tatsächlich war es das Fox-Gebäude in Century City, Kalifornien. Rickman führte den Stunt tatsächlich selbst durch, aber hier wird es spannend. Er wurde im Grunde genommen hereingelegt. Der Stunt-Koordinator hielt ihn an einem Seil fest und sagte, dass er ihn bei drei loslassen würde, machte aber einen hinterlistigen Zug und ließ ihn stattdessen bei eins los. Also war der Ausdruck der Angst im Gesicht von Hans total echt. Rickman war erschüttert, genau wie es Picerni wollte. Rickman gab sogar zu, dass er sich nicht an den Countdown erinnerte, aber er hatte definitiv den Adrenalinschub gespürt, den der Stunt verursacht hatte. Jim Carrey war nicht nur der Grinch-Darsteller. Dieser Kerl wurde buchstäblich in einen wandernden, sprechenden Miesepeter verwandelt, mit all dem Make-up und der Prothesen. Es war so intensiv am Set, dass sogar der Make-up-Künstler für Spezialeffekte nach spezialisiertem Hilfe suchen musste, nachdem er mit ihm gearbeitet hatte. Das ist Methoden-Schauspielerei. Abspann Das ist Methoden-Schauspielerei. Das ist Methoden-Schauspielerei. Das ist Methoden-Schauspielerei. Vielen Dank.